Beim Thema digitale Sicherheit haben sich Unternehmen früher auf netzwerkzentrierte Methoden wie VPNs verlassen, um ihre Mitarbeiter sicher mit Netzwerken und internen Anwendungen zu verbinden. Doch VPNs sind umständlich zu benutzen und machen Unternehmen anfällig für die Ausnutzung zahlreicher Netzwerkschwachstellen. Gleichzeitig sind moderne Unternehmen mobiler geworden und haben ihre Anwendungen und Unternehmensdaten für den Fernzugriff in die Cloud und somit außerhalb der traditionellen Verteidigungslinie verlagert. Aber jetzt gibt es endlich eine Alternative, die sowohl das Benutzererlebnis als auch Sicherheit groß schreibt. Avast Secure Private Access implementiert einen Zero-Trust-Netzwerkansatz für eine einheitliche Komplettlösung, die nicht nur den Benutzern einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf ihre Anwendungen ermöglicht, sondern auch den IT-Admins vollständige Transparenz und Kontrolle bietet. Mit unserem cloudbasierten Zero-Trust-Netzwerkzugriff können die Benutzer immer und überall von jedem Gerät aus auf Anwendungen zugreifen. So können Unternehmen die zahlreichen Schwachstellen von VPN-Lösungen hinter sich lassen und einen Cloud-First-Ansatz fahren, der Sicherheit losgelöst vom Rechenzentrum ermöglicht und sich gleichzeitig die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Cloud zunutze machen. Avast ersetzt herkömmliche VPNs durch einen stärkeren Schutz gegen DDoS-Angriffe, ein besseres Benutzererlebnis und eine problemlos skalierbare Bereitstellung und eliminiert dadurch Infrastruktur-Overhead. Avast Secure Private Access Ersetzen Sie Ihr veraltetes VPN durch Zero-Trust-Netzwerkzugriff von Avast. Für mehr Informationen besuchen Sie avast.com.spra und fordern Sie noch heute Ihre Demo an. Vachsum Vielen Dank.